mal schauen ja das ist das ist ziemlich cool das ist mir als erstes aufgefallen schon jetzt eigentlich gefällt mir das sehr gut das fühlt sich gut an hier oh oh nein damn Jaaa! Voll gefoult! Oh! Ey Bitch, Alter! Ey Bitch! Also voll in den Haaren ziehen und Streit machen. Nice. Wo ist die Alte? Nein! 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 Fail! Kämme! Hä? Mann, F*** doch! Abseits! Okay. Du Handballspieler, ne? Ich hasse dich! Ich versau auch jeden schnellen Angriff dadurch, ne? Aber ich kann nicht anders. Mit da! Jetzt müssen wir aufpassen! Oh, was für'n Trick! Ja, aber nicht... ...zu Ende! Fuck, Alter! Komm! Perlt! ... Nein! Hol' ihn! Nein! Nein! Ah, F*** ey! Uiuiuiuiuiuiui! Nimm ihn doch an! Nimm ihn doch an! das war sauschwach das auch ich bin so übereinander geflogen mann ich muss auch bis zum ende laufen ja reicht ja reicht ja mann ey was gewäck alter habe ich gesagt alte wir spielen frauenfußball marvin voll cool irgendwie die können wie besser zusammen spielen aber auch gute sololäufe machen die ist schon k.o. fuck gerade so jubeln ist auch gut mit denen Mh. Dieb! Wie oft willst du die noch upfauen? Das ist ja alles nix, ne? Nee. Ja, ja. Ja, ja. Ich wollte schon sagen. So. Das war ein Klassiker. Die ist schon rot. Ja, und dann so mega faul einfach. Man, zu anderen sollte der doch. Nein. Hoppen war das doch. Oh, Mann. Mann! Nein! Oh! Ah! Ja, gelb. Man hat noch nen Chief mitbekommen für die Grätsche gerade. Echt? Ja. Mann! Äh. Schon vorbei? Mann! 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 Mann!